Severin Engelmann, 37 Jahre alt, arbeitet als Jugendmanager und Handballtrainer bei der SG BBM Bietigheim und hat sein Studium als technisch orientierter Diplomkaufmann abgeschlossen. Er sieht die Stadt als eine sehr lebenswerte Stadt. Er möchte mit seinem Einsatz dafür Sorge tragen, dass dies nachhaltig so bleibt und durch sinnvolle Investitionen weiter erhöht wird. Er verspricht große Bürgernähe. Sie stehen im Mittelpunkt seiner Bemühungen. Seine Aufmerksamkeit und Konzentration gilt ganz Ihnen. Severin Engelmann, 37, Diplomkaufmann. Wir alle sind Bietigheim-Bissingen.